Das, Leute, weil jetzt wird's wichtig. Die Heider der folgenden Fahrzeuge würden bitte ihre aus dem Parkverbot entfernen. Und zwar haben wir gesammelt tatsächlich sieben Fahrzeuge, die sofort entfernt werden müssen, damit sie nicht abgeschleppt werden. Und das Ding ist, entweder wartet ihr so lange, bis die anderen auch ihr Auto abholen, oder sobald ihr euer Kennzeichen gehört habt, rennt ihr los und kriegt den ersten freien Fahrplatz. Aber, 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 das Problem ist, bevor ich das erste Kennzeichen lese, wird erstmal nochmal eine Runde an der Bar aufgegeben. Hoppa! Und jetzt, wo das erste Getränk aufgeschüttelt wurde, ne, warte mal, Entschuldigung. Und das erste Kennzeichen für heute Abend lautet... Das zweite Kennzeichen muss ein bisschen Gas geben, oder? Jetzt geht's wieder ab! PISM 1000! Oh mein Gott! Ein Gewinner! Oh mein Gott! Und jetzt geht weiter! PISM 1000! PISM 1000! PISM 1000! Ich bin auf dem Kraftverbot entfernt! Entschuldigung, ich hab mich treiben lassen. Das nächste Kennzeichen lautet... Oh, ich muss aber das richtig... H-H-I-V-7-8-7-8 Hoppe! Ich bin auf dem Kraftverbot entfernt! Ey, das ist so geil. Ich glaub, ich mach ein Lied daraus. Das nächste Kennzeichen! Und man kann sich so online anmelden mit seinem Kennzeichen und dann kommt man in dem Lied vor. Der nächste, der vorkommt... F-E-C-2-8-0 Hoppe! Bitte auf dem Kraftverbot entfernt! H-H-J-V-2-8-5-0 H-J-V-3-0 H-J-V-2-8-0 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 H-J-V-2-9-0 H-J-V3 H-J-V-2-8-0 H-J-V-1-8-6-0 H-J-V-2-8-0 H-J-V-2-8-0 S-T-Y-V'3 H-J-V-2-8-7-V-2-8-0 H-J-V-2-8-0 H-J-V-2-8! aqui h-J-V-4-8-V-1-8-N-OOOO Und die Boom Boom Boys wünscht euch ein schöner Abend. Danke!